hallo und willkommen zurück zum mario kart tour zwei tage vor meinem geburtstag auch ganz spannend nun käme jetzt direkt am anfang zu lakito tour der erste ist marios piste 3x lakito das wollte mich niesen das wollte mich niesen los geht's weiter meine nase kitzelt meine nase kitzelt das ist unfair und schon sieht ja schon mal gut aus und es ist gut 10.000 92 punkte die nase wollte mich echt wirklich kitzeln und es wird wieder belohnt und wieder meine kiste stufe vier gestiegen so der nächste ist cooper strand 2 mit kimono daisy aber wir spielen rosalina in schwimmer von schwimmerin form ach so einer von den gleiter habe ich noch nie freigeschaltet ein eine japanerin spielt als rosalina also die normale jetzt wird es auch wieder mal chaotisch und los geht's los geht es ich wechsle mich immer so viel nein komm schon sei erster ich will ich will nicht hier von den chaoten gehauen werden so die letzte runde liegt auf dem gras los und geschafft super und die leistung ist auch voll so der nächste ist tokio tempo tour 3x und einige auch noch nicht freigeschaltet mit so moment lakito und los geht's also das ist jetzt schon mal besser diesmal keine steinblöcke hier wirklich super also das ist ja schon mal besser in der letzten part in diesem normalen zykio temperatur und tempo tour 3 da war ja mit ähm steinblöcken und das war unfair und wir haben es geschafft nonstop serie wow schon lange gar nicht mehr gehabt nonstop serie was Was? Och nein. Was? Nun, kommen wir jetzt weiter, Gleiter? Einer Cheep Cheep bucht. Oh. Bleibt auf den Pilz, Pilz. Oh, sehr gut. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Perfekt. Wunderbar. Richtig perfekt. So, und der nächste ist Baby Rosalina Cup. Mit Tokio Tempo Tour R. Oh, Hallöchen. Meine süße Baby Rosalina. Größer an Sascha. Ja. Uuuh. Okay. Noch ein Baby Rosalina. Also normal. Hoffentlich wird es jetzt nicht schon wieder chaotisch. Und los geht's. Gerade noch Glück gehabt wegen dem Bob-Arm. Das sieht nicht so aus, als wenn wir Erster seien. Nein. Warte mal. Neustarten, bitte. Neustarten. Und los. warum muss man das eigentlich machen sich immer so leute dass die leute übertreiben dritter platz warum nur sind die leute wirklich so übertrieben übertrieben schnell also ich sage es ja nur weil die 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 leute übertreiben zeit wieder warum nur warum nur die die leute bestimmt haben zu viel mehr punkte also ich finde es übel zu übertrieben die nächste kiste so nächstes luigi's menschen mit luigi los geht's und zweimal touredet und mob sie wird das also und zweimal luigi alter wird es ja noch mehr chaoten sein und los geht's jetzt kein frame und so hier das ist da habe ich sofort keinen bock drauf ja das ist ein fehler kriege wunderbar und gesagt wir haben es geschafft zehn zehn tausend neunhundertundvierundzwanzig punkte wir haben es geschafft und bekommen wieder mal punkte also kleine abzeichen und da gehen wir zu schoko insel schoko insel zwei wendy und los geht's und los geht's und los geht's Ja, Alter! Okay, wir haben da sowieso dann gleich in den Rennen noch was geschafft. Das ist gerade 15 Minuten. Wie schnell das geht. Oh, absolviere 50 Mini-Turbos mit einem gepanzerten Fahrer. Das habe ich noch nie. Der nächste ist Itembox-Pro-Rabe erst das Geschenk. So, Itembox-Bruch mit Larry Cooper. Okay, gut. Immer schön konzentrieren. Nein! Eins verfehlt. Ah, mir ist jetzt schon wieder eins verfehlt. Und direkt geschafft! Super! Komm, wir machen dann noch ein Rennen. 18 Punkte. Okay, das sieht schon mal gut aus. Nein. So, der nächste ist Yoshi-Carp. Cooperstrand 2X. Los geht's mit Ice-Mario. Und los! Und los! Oh, was? Boah, was hat er denn bei meinem Bob-Omp selbst getroffen? Das ist nicht gut, wenn man es selbst trifft. Nein, das war ein Fehler von mir, das war ein Fehler von mir. Und Volltreffer. Boah, fast hätte ich hier eine Bananenschale reingefahren. Aber, nein! Fahr durch, fahr durch, schnell, fahr durch, fahr durch, bitte! Oh, Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Puh, Glück gehabt. Okay, Turkey Temperatur 3R. Wahrscheinlich auch mit Steinblöcken da. Ich muss hoffen, dass es ein Steinblöcke drauf sind, was mich nervt. Und los. Nein, aber hier ist ein Öl. Nein! Nein, 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 nein. Verdammt nochmal. Vorher. Oh, noch mal. Oh, nein! Oh, nein, nein! Oh, nein. Oh, nein, nein! Oh, nein. Oh, nein! Oh, nein. Oh, nein. gerade noch glück ab zweiter zu werden aber ich dachte ich bin erster aber der könig bob hat mich noch ein guck ein gold schade schade und der nächste das nächste geschenk ok königliche rennpiste mit pichett ok sieht ganz normal aus los und 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 nein du wirst nicht einholen nein auch man das ist doch jetzt nicht zu fassen ich wurde jetzt noch fünfter geworden übertreiben die leute wieder wahrscheinlich ja einfach nur übertrieben übertrieben und 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 der blitz hat mich doch gerade gerettet Tja wer übertreibt jetzt Oh nein, 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 nein. und hab dich getroffen Es gibt nur Leute, die übertreiben Ah, wir haben auch jetzt den Bingo Wir haben es geschafft, der erste Bingo ist schon fertig Und jetzt Goomba-Umfahrung Und los geht's Das war jetzt schlecht Das war jetzt ganz schlecht Das muss ich nochmal machen Was ist denn los heute mit mir? Wieso treffe ich das immer so schlecht? Oder wieso treffe ich das nicht? Jetzt Wozu Manometer, ey Goomba-Umfahrung ist jetzt mein neuster Hass-Level Goomba-Umfahrung Er macht mich noch verrückt Es wird jetzt, jetzt wird's ein bisschen besser Oh, das sieht aus, als wenn wir's jetzt endlich mal geschafft Ja, das sieht gut aus Ja, Freunde, dann sehen wir uns dann bald wieder hier in Mario Karts Tour Hoffen wir, ich hab euch das gefallen Und wir sehen uns bald wieder Macht's gut Und ciao, ciao 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 Vielen Dank.